So Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe es euch versprochen, heute machen wir eine Probefahrt mit dem wunderschönen neuen Fahrwerk hier von ORS Suspension. Maurice ist wieder dabei. Komplett crazy, wir sind hier vorbeigefahren, wollten eigentlich ein paar Wheelies ziehen. Und plötzlich stehen hier einfach Skylines R34, noch ein R34, noch ein R34. Da steht noch ein Nissan GTR, da steht ein Lanza Evolution. Digga, was ist hier los? Sieht euch das mal rein hier. GTR Nismo. Ich will gar nicht wissen, wie teuer das Teil hier ist, Alter. Das ist teuer. Was kostet der? Also der Kunde hat ein Angebot für 450, der verkauft ihn nicht. Was? Eine halbe Million. Nein. Doch? Nein. Ja, eins, da gab es nur drei Stück von. Das ist Nummer eins, originale. Und das ist der Einzige, der noch bekannte ist, den es gibt. Sondermodell. Ach so, ja, hier steht einfach mal so ganz entspannt Toyota Supra rum. Das ist wahrscheinlich auch ein 2JZ, oder? Ja, ja. Wo sind wir hier gelandet, Freunde? Ich komme gar nicht klar. Willst du mich verarschen? Boah, der sieht irgendwie schnell aus. 650 PS. 650 PS, ja, entspannt. Für so ein 33 GT hast du früher zwölf bis halt oder neun. Also die ersten, die wir verkauft haben, waren bei 8.000 bis 9.000 Euro. Der kostet aber auch neun, so wie der Spiegel da runterhängt, oder? Selbst so ist der immer noch bestimmt jetzt 30 wert. Wegen dem Panzerband. Japaner, da gehört Panzerband dran. Also immer, wenn ich an so krassen Orten bin, wo so heftige Autos stehen, dann komme ich mir irgendwie immer vor wie so ein heftiger Geringverdiener. Letztens auch in Österreich. McLaren Senna, Königsegg. Man könnte das Treffen hier auch beschreiben. Das Treffen der Geringverdiener, ne? Also ich hab's mir schon gedacht, dass hier so ein Murmelding ist. Murmelding? Murmelding. Wir müssen mein neues Fahrwerk auf Herz und Nieren testen. Dazu gehört auch, über eine Rampe sprengen. Und das werden wir heute machen. Über eine Rampe sprengen? Ja. Warte mal, meine GoPro ist wieder leer, Junge. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, David. Du holst ja einfach mal eine schöne GoPro Hero 8 Black. Die läuft nämlich. Gucken, wie lange ich jetzt wieder aufnehmen kann, bis hier alles ausgeht. Junge, jetzt geht wieder aus. Geht wieder aus. Geht wieder aus. Warum? Einmal mit Maurice Motorrad fahren und einen Dual Vlog drehen. Ohne Probleme. Das wär's. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen so eine Spendenpage. Eine GoPro Hero 8 Black für Maurice. Was lernen wir da draus? Nicht immer das Neueste, ist unbedingt das Beste. Man kann auch manchmal was Älteres verwenden. Und das funktioniert sogar besser. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Skatepark. Und natürlich, was macht man da mit einem Blauwal? Man springt. Was macht man mit einer Husqvarna mit neuem Fahrwerk? Man springt. Was machen wir heute? Genau, richtig. Springen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Sag mir bitte, das sah nicht so beschissen aus, wie sich das angefühlt hat. Also die haben schon mit dem Kopf geschüttelt. Super. Danke. Jetzt ist es an der Zeit, zu beweisen, was du von mir gerade bei diesem unfassbar krassen Jump gelernt hast. Oh, Junge. Du hast gerade mal so hardcore Öl verbrannt. Echt? Ja, guck mal da die Wolke. Siehst du die noch? Ja, das stinkt auch richtig. Wenn ich damit hier runterspringe, sie schlägt einmal aufs Fahrwerk bis auf Anschlag durch. Komm, 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 komm. Folgendes Problem. Ihr wisst, das Fahrwerk ist schwarz. Und es sieht wirklich unfassbar geil aus. Die Gabel, hinten der Stoßdämpfer, neongelbe Feder. Aber, was mir aufgefallen ist, die Auspuffkappe ist einfach noch Silber. Das heißt, die müssen wir jetzt abmontieren und dann zur Pulverbeschichtung geben. Weil stellt euch das mal eine Sekunde vor, wenn die noch schwarz wäre. Ich schwöre es euch, das würde so geil aussehen. Wir sind jetzt hier bei Niklas. Ich habe hier schon die Schrauben entfernt. Und jetzt muss man hier irgendwie diesen silbernen Korpus entfernen. Das Problem ist aber, der sitzt hier relativ fest. Und ich habe keine Ahnung, wie wir den da rausbekommen. Oh, Junge, die Dämmwolle. Oh, guckt ihr das mal an. Freunde, also wirklich, das könnte von Donald Trump das Toupet sein, was hier gerade hinten im Auspuff hängt. Ja, yeah. Also, wie ihr sehen könnt, das ist gar nicht so schwer, diese Auspuffkappe vom originalen Endstalldämpfer abzumontieren. Die nehmen wir jetzt mit zur Pulverbeschichtung, machen das Ganze schwarz und dann bauen wir das wieder zusammen und haben hoffentlich noch mehr schwarze Optik. Pulverbeschichtung Hamburg. Grüß dich, alles klar. Die Problematik ist halt, der Korpus ist schwarz, das Ding ist silber. Das Fahrwerk ist jetzt auch schwarz. Ja. Das heißt, das Ding muss schwarz. Wenn du normale Lacke nimmst, dann wird das vielleicht zu heiß dahin. Aber da gibt es eben Sonderlacke mit Silikonanteil. Du bist ja der Chemiefachmann, du weißt ja genau, was... Ja, Silikon finde ich immer gut. Ja, das wird... Aber muss ordentlich verarbeitet sein. Ein B-Körbchen, oder? Bisschen größer. Bisschen kleiner. Bisschen größer, sonst fehlt die Erfahrung. Alles klar. Gut, ja, also die Auspuffkappe wird schwarz. Willst du dich da einmal drehen und dann kommt die schwarze Kappe quasi raus. Drei, zwei, eins, let's go. Yes. Das ging aber echt schnell. Das hat ja nur eine Sekunde gedauert. Das hat vier, fünf Sekunden, ja. Du musst ja strahlen, du musst das Ganze grundieren und beschichten. Also es dauert fünf Sekunden. Naja, in Realität sind 24 Stunden vergangen natürlich. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann würde ich sagen, montieren wir das. Ich habe hier schon den Auspuff vorbereitet. Und Trumps Toupé ist auch am Start. Was ist denn hier so? Oder? Das ganze Ding? Das ganze Ding muss da rein. Und das zieht die Polizei, wenn das da nicht drin ist, oder was? Dann gibt es richtig Ärger. Das Trump Toupé muss im Auspuff sein, mein Lieber. Ja, ja, ja. Jawoll, mein Lieber. Die Endkappe ist schwarz. Dank der Pulverbeschichtung Hamburg. Direkter Vergleich. Hier der alte Auspuff mit der silbernen Endkappe. Und hier der neue Auspuff mit der schwarzen Endkappe. Jetzt haben wir eben nicht nur ein schwarzes Fahrwerk, sondern auch eine schwarze Endkappe. Und ohne Scheiß, Freunde, ich finde es einfach nur geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dennis, vielen Dank. Bist ein guter.